Anna-Karina Wojtschak, 30, hat zum Ende des Jahres frischen Wind in ihr Leben gebracht. Nach der gescheiterten Ehe mit Stefan Meros, 47, hat sie sich wieder neu verliebt und auch ihren Fans präsentiert sie sich nun von einer ganz neuen Seite, die vielleicht zu einem zweiten Standbein werden könnte? Anna-Karina Wojtschak, frisch verliebt nach Trennung Viele Jahre waren Stefan Meros und Anna-Karina Wojtschak unzertrennlich. Wo immer sie zugegen waren, konnte man das Paar kaum voneinander getrennt sehen. Doch in diesem Sommer kam es zu Differenzen bei dem Paar und ihre Ehe kam gefährlich ins Wanken. Auch der Versuch, noch etwas zu retten, war leider vergebens, denn die Schlagersänger gestanden sich Mitte November ein, dass ihre Ehe gescheitert ist. Während sich Stefan Meros auf diverse Projekte konzentriert, stürzte sich Anna-Karina gleich in ihr nächstes Liebesabenteuer. Ihr Auserwählte ist Daniel B., ein österreichischer Manager, der jedoch definitiv nicht der Trennungsgrund gewesen sein soll. Stattdessen verriet die hübsche Blondine gegenüber der Bild. Daniel und ich lernten uns Mitte November kennen, nach der Trennung, deshalb musste ich das nicht mit Stefan besprechen. Genauso wie er nicht mit mir über solche Dinge spricht. Mittlerweile scheint sich die Verbindung zwischen den beiden schon gefestigt zu haben, denn auf dem Instagram-Account der Sängerin sind die beiden oft zu sehen. Anna-Karina Wojciak – Neues Standbein, Modelkarriere Doch nicht nur können die Instagram-Follower immer regelmäßiger einen Blick auf den neuen Freund von Anna-Karina Wojciak erhaschen, sondern auch Aufnahmen, wo nur die Blondine zu sehen ist, werden derzeit regelmäßig auf dem Account gepostet. Statt kleinen Clips von Auftritten, wie sie die 30-Jährige früher oft auf den sozialen Netzwerken geteilt hat, ist ihr reines Erscheinungsbild nun immer öfter im Fokus. Die Bilder und Videos stammen natürlich von ihrem neuen Herzblatt, der es anscheinend liebt, Aufnahmen von seiner Freundin zu machen. Auch Wojciak-Fans sind begeistert von dem persönlichen Content, welchen die Sängerin ihnen liefert. Jene sind es auch, die nur zu oft auf die tolle Ausstrahlung von Anna-Karina hinweisen. So findet man unter ihrem letzten reell überwältigende Kommentare. Was für eine traumhaft schöne Kulisse und du siehst auch ganz toll aus, wow! Dein Lachen ist echt Gold wert! Alter Falter, bist du hot! So hübsch! Ob sich der Schlagerstar diese Kommentare zu Herzen nimmt und vielleicht auch mal ins Model-Busines reinschnuppert? Das bleibt wohl abzuwarten, die Unterstützung der Fans, und vermutlich auch ihrem Daniel, hat sie allemal. Und mein Herz will follow you, maybe you will find me. I like to party, I always been up for the pill. I have a pull, now all I desire is your touch to hold and sing. All I need is your keys for a special thrill. You are my life I never thought I would fall. I think about you through every night and day. I just try, been here to you all the time. You say you love me, can you tell me it's you? Really, 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 really you in my heart. If you see your love is fake. I will always be gutter, I will always be cool. I have a pull, now all I desire is your touch to hold and sing. I will always be too cool, I am strong and brave and strong as hell. You don't want to find me, but I will follow you through every night and day. I just try, been here to you all the time. You say you love me, can you tell me it's you really, really, really you in my heart. If you say you love this way, I was your star when you really wandershine. You are my life I never thought I would fall. Untertitelung des ZDF, 2020